Ich wahrscheinlich am wenigsten. Ich habe das Ganze ja noch nicht so ganz mitverfolgen können bis zum Schluss. Dennoch bin ich sehr, sehr dankbar, heute die drei Jungs hier an meiner Seite gehabt zu haben und mit ihnen da gemeinsam durch einige Höhen, aber auch ein paar Tiefen quasi gegangen zu sein und am Ende jetzt heute hier die Silbermedaille gewonnen zu haben. Also mit Happy End so ich mich noch ein bisschen schwer, weil, wie gesagt, mit meiner eigenen Leistung heute kann ich, glaube ich, nicht ganz zufrieden sein. Es war einfach ein sehr, sehr hartes Rennen für mich und ja, habe wahrscheinlich auch für einige Spannungen da in dem Moment gesorgt und es hätte auch anders ausgehen können. Glücklicherweise hat man einen Winst zum Schluss. Der hat das dann alles wieder gerade gerückt für uns und von dem her bin ich da erstmal sehr dankbar dafür zumindest. Also gesundheitlich geht es mir gut. Es war einfach die Erschöpfung, die Kälte natürlich, das Laktat, was nach so langer Wettkampfpause natürlich sehr, sehr hart war. Aber ansonsten habe ich mich, glaube ich, wieder sehr gut erholt.